Hast du mich jetzt gerade gefragt, ob ich dir eine Niere schwenken will? Wusstest du eigentlich, dass deine Frau dir keine Niere schwenken will? Würdest du auch, dass er falsch aussieht? Was? Meine Frau meinte, er wäre falsch, wie ein Penis. Seit wann sind Penis in Vierecke? Ich habe ihn immer noch nicht Nein gesagt, zertappt doch mal! Doch, Arno, doch, Arno, das hast du. Jetzt mal ganz ehrlich, Schiri. Bin ich ein schlechter Mensch? Oh, wie kannst du denn da auch? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020